Er ist seit Dezember 2020 auf der Flucht. Wird mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Doch gefunden haben ihn Hobbydetektive und ein Sternreporter. Atilla Hildmann, antisemitischer Corona-Leugner Schreihals, Schwurbler und Volksverhetzer. Bereits vor eineinhalb Jahren floh der Verschwörungstheoretiker vor der deutschen Justiz in die Türkei. Entdeckt hatte ihn dort bisher niemand, nicht mal Interpol. Jetzt die Wende. Ein Sternreporter und ein Hobbydetektiv fanden ihn nun südöstlich von Istanbul, in der Stadt Kartepe. Der Stern recherchierte eigenen Angaben zufolge seit Mai 2022 zu Hildmanns Aufenthaltsort. Seit Herbst 2021 habe sich Hildmann im Küstenort Gümec aufgehalten. Auch seit Herbst 2021 bettelt Hildmann auf seinem Telegram-Kanal fast täglich um Spenden in Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Ist es jetzt Aufgabe der Journalisten und Hobbydetektive, Verbrecher zu finden?